Willkommen zur 13. Folge von War of a Mini. Jetzt gucken wir mal danach, ob ich schon gestorben bin. Ja, ich habe einen Strike, weil ich ja die 9. Folge verloren habe. Also heute wäre die 9. Folge online gekommen. Und ja. Ich verfolge jetzt weiter den Plan, dass wir in die Mitte gehen. Heute gab es auch einen schönen Fight. Irgendwie das kleine Vorfinale oder so. Kann man so nennen, weil... Ein Team ist tot, nämlich Hugo und Tobi. Und Arigis ist auch gestorben. Ich würde jetzt auch gerne die Kisten in der Mitte abchecken. Das wäre noch was Schönes. Sollte ich auch irgendwann mal oben ankommen. Planesby Home. Ja, dann bin ich hier gleich oben. Gut. Mitte ist da. Das ist eh schon alles gerodet. Da ist ne Kiste. Okay. Papier. Das ist wieder Ambi. Drei. Ja, ist egal. Freu nicht. Gravity. Ich sehe ihn nicht. Dann haben wir hier die Nerds. The last hole. Und da ist er. Alles klar. Er muss mal weg. Ja. Komm jetzt nach. Also ich würd ja fighten, aber... Hab immer noch kein Heal. Und das ist mein Problem. Okay, mittlerweile war der drüben ausschneider. Ja, keine Ahnung. Ja. Ja. Hm. - - - Die Frage ist, was macht er jetzt so? Wird er jetzt mich verfolgen in ein paar Minuten, oder? Ich meine, er flammt mir jetzt gerade auf jeden Fall sehr zu. Das wird auf jeden Fall passieren, aber das weiß halt, glaube ich, jetzt mittlerweile fast jeder, dass ich kein Heal habe. Was soll ich denn? Oh Mann! Was soll ich denn? Ja, ich wollte mich wieder auf jeden Fall sehen. ja ich wollte halt noch das bringt meine ganze planung durcheinander das kotzt mich an es wird mich interessieren aber mich verfolgt meine hat es mir keine ahnung in welche richtung ich bin aber toll Ja, ich fahre mir jetzt einfach nur meine Level und dann geh ich. Ist ja egal. Sorry, dass ich gerade zurück bin, aber ich überleg mir gerade, wie ich das jetzt am besten angehe. Verkiss brauche ich eigentlich, ich brauche 4, also Flint. 1 2 3 4 Ok 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 Also, es ist eine Festung. Oh, ich kann ein bisschen... Oh! Okay. Das haben wir. Jetzt brauche ich halt noch drei Brotbücher. Wenn ich die jetzt nicht instant bekomme, dann gehe ich halt... ...eine Rückstiftsstärke... ...eine Schärfebuch... ... noch ein Schärfebuch... ... noch ein Schärfebuch... ... ich hab keine Ahnung... Ich krieg halt kein Brot. Das ist aber das einzige, was ich jetzt brauche. Oder halt Schreib 4. Ich weiß gerade nicht wirklich, was ich machen soll. Oh, na toll. Na gut. Ich schaffe das, glaube ich. Nehmen wir rechts jetzt zurück. Ist das da? Boah. Was, ich nehme noch mit. Ja, ich fight einfach in die nächste Folge. Mal gucken, ob ich noch ein Buch bekomme. Hier mal die Picke. Brot. Und dabei noch eins. Ja, okay. Ich schau, wie das jetzt noch? Ja, okay. Wir sind in. Wir sind in. Gut. Gut. Da ist noch eine Kuh. Ja, das ist jetzt schade. Aber was sollen wir machen? Mann! Na gut, nächste Folge gibt es eine Fight. Versprochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. So, let's run. Make a great escape. And I'll be waiting outside for the getaway. It doesn't matter who we are. We'll keep running through the dark. Can all that we need is another day. We can slow down, cause tomorrow is a mile away. And live with shooting stars. Cause happy endings hardest to fade. And live with shooting stars. Alright. We'll be right back. Bye.